Sodass ich eine ganze Pflanze habe vertrocknen lassen. Eine komplette, die ja eigentlich etabliert ist. Hier seht ihr einmal wirklich den Mix aus. Vergessen zu gießen. Zu wenig Keilmarkt geben. Die unteren Blätter, wenn die gelb werden, dann kann es der und der und der Mangel sein. Mehr Licht hat jetzt nicht so viel gebracht. Jetzt ist sie tot. Einfach nur schöne Pflanzen, das wäre ja langweilig. Ja. Man kann es sich eventuell denken, was hier passiert ist. Es war ein Ablegerglas. Wie man sieht, sind hier auch noch ein ganz paar grüne Parts dabei. Wenn ich jetzt Wasser rein kippen könnte, eventuell noch mal was passieren. Also es war kein, sie hat das Wasser nicht gewechselt, Grund. Oder irgendwie was, was man anderweitig hätte beheben können. Das Glas stand einfach zwischen anderen Pflanzen und ich habe es nicht gesehen. Und da es hier nun mal warm ist, verdunstet dieses Wasser nun mal relativ schnell. Und ähnliches kann euch eben auch passieren. Ja, also ihr seid nicht die einzigen, die mal eine Pflanze vergessen, die irgendwo dazwischen steht. Ihr seid nicht die einzigen, bei denen auch mal Stecklinge nichts werden. Das passiert jedem. Und ich verspreche euch wirklich jedem. Ihr müsst euch in keinster Weise schlecht fühlen, dass eure Pflanzen nicht perfekt sind. Und mir ist das wirklich auch so ein bisschen so ein Anliegen, weil ich immer wieder höre, dass manche dann aufhören, weil sie sagen, ja bei den anderen sind die Pflanzen so perfekt und bei mir nicht. Lasst euch da nicht von Instagram und Facebook und was das alles gibt täuschen. Ist ja logisch, dass ich sowas hier nicht als Foto in meinem Feed poste, weil ich möchte ja, dass mein Feed hübsch ist. Und das ist irgendwie ein bisschen unfair, wenn auch verständlich. Verständlich im Sinne von, dass ich nicht will, dass mein Feed blöd aussieht. Blöd aber in dem Sinne, dass ihr eben gar nicht mitbekommt, wie hier die Realität aussieht und bei anderen zu Hause. Denn ich bin nicht die Einzige, die sowas nicht postet. Ich zeige es ab und zu tatsächlich mal wenigstens in der Story. Könnt mir gerne auf Instagram missaracea folgen, wenn ihr möchtet. Da seht ihr auch Updates von anderen Videos und hier und da mal ein paar Klärungen und verdammt viele Fotos von schönen Pflanzen, die eben nicht so aussehen. Ach, es waren einige Steckis und es ärgert mich natürlich auch. Halte ich mich deswegen für eine schlechte Pflanzen, Mama? Wenn ich gerade eine richtig depressive Phase habe, bestimmt ansonsten nein. Also sachlich gesehen ist es, wie gesagt, einfach normal, dass auch mal was schief geht. Vor allem die meisten haben ja auch einen Arbeitsalltag und alles. Und da können so Sachen schon mal passieren. Bevor ich euch aber die anderen Nicht-Toten zeige, bleiben wir bei den Toten. Einfach damit ihr euch mal kurz besser fühlt. Und wir kommen aber auch noch zu ein paar anderen, wo ich euch dann auch erklären werde, warum die meinetwegen jetzt einen gelben Rand hat oder ähnliches. Was soll ich sagen? Es war mal ein Philodendron. Er stand an der hintersten Ecke bei meinem Gloriosum. Direkt vor der Heizung zum einen. Naja, das heißt, der wird sehr schnell trocken gewesen sein. Zum anderen war es ein Velvet-Philodendron, also ein Samtiger. Und die brauchen schon relativ viel Wasser. Die trocken schneller aus. Und die mögen es auch eigentlich relativ feucht. Die wollen nicht austrocknen oder sowas. Ja, also hier ist wirklich nichts Grünes mehr dran. Ich hätte jetzt gesagt, den kann man ja mal schneiden und dann hier unten. Aber nein, der ist einfach verloren. Der hat was. Hier sieht man noch so Blatthüllen. Es ist so traurig. Wirklich. Und ich weiß genau, wenn sowas für euch zu Hause stehen würdet. Boah, da würden sich wieder so viele einen üblen Kopf machen, dass sie irgendwie ihren Pflanzen nicht gerecht werden können. Und das mag manchmal auch so sein. Und ja, ich habe ihn vielleicht auch übersehen, weil ich froh war in einer nicht so guten Phase. Uch, das ist die Rache. Der gibt mir jetzt erstmal hier direkt ins Gesicht. Auf jeden Fall, ja, fiel da nun mal auch rein, dass es in einer Phase war, in der ich schnell mit dem Gießen fertig werden wollte, weil ich nicht die Kraft dazu hatte. Und dann vielleicht auch einfach ein bisschen sehr oberflächlich geguckt habe. Und dementsprechend kann sowas passieren, selbst wenn ihr den grünsten Daumen ever habt. Ja, also ihr dürft deswegen auf gar keinen Fall zweifeln. Weil also wirklich spätestens ab der hier müsste ich dann auch wirklich sehr zweifeln. Also dass ich eine ganze Pflanze habe vertrocknen lassen. Eine komplette, die ja eigentlich etabliert ist am Stab und groß. Und das ist mir auch noch nicht passiert, muss ich sagen. Hat sich auch erstmal blöd angefühlt. Und kurz kam ja auch der Gedanke, scheiße, du wirst deinen Pflanzen überhaupt nicht gerecht. Solltest du dann so viele Pflanzen haben. Der eine sagt jetzt nein und das ist berechtigt. Und der andere sagt, ja, mein Gott, es kann halt passieren, wenn es dem Rest soweit gut geht. Und das eben nichts ist, was irgendwie einmal die Woche passiert. Ja, also wenn ihr einmal die Woche eine Pflanze aus der Ecke kramt, die so aussieht, dann solltet ihr vielleicht wirklich überlegen, die Sammlung zu reduzieren. Denn dann scheint nicht die Zeit dazu sein, regelmäßig zu gießen oder mal nachzugucken wenigstens. Aber wenn sowas mal passiert, ich hätte ihr den neuen Platz wahrscheinlich einfach nie geben dürfen. Ich wollte, dass sie mehr Licht hat, weil das mehr am Fenster war. Das mehr Licht hat jetzt nicht so viel gebracht. Jetzt ist sie tot. Auch solche Blätter entstehen zu Hause bei Leuten mitten im richtig, richtig grünen Daumen. Ich behaupte einfach, ich habe einen grünen Daumen, wenn ich mir meine Pflanze nicht so ansehe. Und ja, dennoch hatte mein McDowell hinten, also die ältesten Blätter, jetzt knollegelb. Also ich habe es erst mitgekrischt, als sie auf den Boden gefallen sind. Und ich dachte, was liegt denn da gelbes da hinten auf dem Boden zwischen den anderen Pflanzen? Ich habe zum einen einmal vergessen, ihn zu gießen. Das heißt vergessen, ich habe es verschoben. Also es war zeitlich zu dem Zeitpunkt wirklich ein bisschen hart hier. Und ja, da sind die ältesten Blätter gegangen. Könnte ich mir jetzt auch denken, ja scheiße, scheiße, scheiße. Aber er ist riesig, dann sind jetzt halt mal zwei Blätter weg. Ist blöd. Ja, ich habe mich tierisch geärgert. Klar, also das ist jetzt nicht, was man sich wünscht. Als Pflanzeneltern. Aber es ist kein Weltuntergang. Alte Blätter gehen irgendwann, wie gesagt, der Rest sieht super aus. Die zwei Blätter haben das halt nicht mehr so toll gefunden. Und ja, die waren halt auch, leider Gottes, direkt hier so mit dem Stiel über der Heizung. Und dieser Stiel wurde hier am Ansatz quasi dadurch weich. Da konnte das Blatt natürlich auch gar nicht überleben, selbst wenn ich nicht vergessen hätte. Oder eher gesagt, wenn ich das Gießen nicht verschoben hätte. Also ihr müsst euch wegen zwei gelben Blättern einer Riesenpflanze keine Sorgen machen. Was ihr natürlich machen könnt, ist der Sache auf den Grund zu gehen und das Problem zu beheben. Weil es ist natürlich nicht immer nur so eine Kleinigkeit. Wenn ihr das wollt, könnt ihr euch meine zwei Videos zum Thema gelbe Blätter, gelbe Ränder und so weiter mal angucken. Und da wird so ziemlich alles, glaube ich, auf den Punkt gebracht, was da mit reinspielen könnte. Jetzt aber zu den Pflanzen, die noch nicht gestorben sind und auch nicht tun werden. Aber eben auch nicht perfekt aussehen. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten. Und deswegen schauen wir uns davon jetzt mal ein paar an. Ich greife da mal direkt hinter mich. Huch, kommen Sie her, kommen Sie her. Diese wundervolle Luxurians hier. Ja, ich meine, schon ein Schmuckstück. Schiebt auch gerade eine Blüte. Ja, geil. Das Erste, was die bei mir macht, statt ein Blatt, ist eine Blüte. Aber ja, da haben wir auch wieder ein gelbes Blatt. Und ja, es ist noch dran. Denn ich lasse sowas dran, damit die Pflanze da wirklich noch so lange Energie draus ziehen kann, bis sie es abwirft. Bei dem hier könnte man jetzt sagen, come on, hier ist echt nichts mehr vorhanden, woraus die Energie ziehen kann. Aber es geht noch nicht leicht ab. Und deswegen lasse ich es dran. Ja, außer es stört mich mal extrem im Bild. Warum ist das passiert? Tja, das kam in derselben Woche zustande, in der das Gießen verschoben wurde. Und da die in Moos steht, da die Luxurians allgemein gern feucht steht, also die mag es wirklich dauerhaft feucht, steht auch super gerne in Moos oder in Moosperlit, Rindengemisch. Das immer schön feucht und luftig gehalten wird. Da geht die voll ab. Aber die geht auch schnell ein, wenn es dann nicht so ist. Und da hier sogar nur Moos ist, weil die steht immer noch in dem Topf, in dem sie gekommen ist. Und Schandim war mein Haupt, denn auch zum Umtopfen hatte ich keine Zeit. Und ja, es geht eher gut in dem Topf an sich. Warum soll ich mir dann deshalb so einen Stress machen? Da gibt es genug Babys, die hier oben getopft werden müssen, bei denen es dringender ist. Aber ja, dann kann das schon mal passieren, dass so ein Blatt hier gelb wird und es eben nicht aufgrund eines Mangels ist. Wo man jetzt sagen würde, die unteren Blätter, wenn die gelb werden, dann kann es der und der und der Mangel sein, auf den es hinweist. Das ist hier nicht so. Ihr müsst da wirklich immer so ein bisschen durchgehen, was könnte passen. Und ja, hier passte natürlich das mit dem unregelmäßigen Gießen leider sehr gut. Wie bei einigen, die ich euch jetzt zeige, auch. Aber ich zeige euch auch zwei, bei denen ich ein bisschen Mist gebaut habe, obwohl ich es besser weiß. Das wäre nämlich diese Schönheit. Also ich meine, sieht klasse aus, wundervoll. Das nicht mehr so unbedingt. Ja, und das ist richtig beschissen. Warum sieht das jetzt so aus? Das hat tatsächlich nichts mit dem unregelmäßigen Gießen zu tun, wobei das dann tatsächlich auch so aussehen könnte. Es hat was damit zu tun, dass ich der Meinung war, statt sie in 100% Luftfeuchtigkeit zu stellen, als sie ankam nach ihrem Import. Ja, es geht doch auch in meinem Zimmer. Hier sind doch meistens 70% zumindest. Das passt schon. Und was soll ich sagen? Die 70% hätten sicherlich auch gereicht. Allerdings kamen dann die warmen Tage, die wir zwischenzeitlich hatten. Und da waren hier die Oberfenster durchgehend auf, weil ich hier einfach schon 26 Grad im Zimmer hatte. Ja, mit den offenen Oberfenstern hatte ich natürlich keine 70% Luftfeuchtigkeit, sondern zwischen 45 und 55. Und das finden Pflanzen, die gerade importiert wurden. Nicht cool. So gar nicht cool. Ja, da hatte ich es dann schon entdeckt. Das Blatt war da auch eigentlich noch schöner, als ich es entdeckt hatte. Aber ja, es hat noch so ein bisschen nachgewirkt. Und das Pflanzen zeigen ihre Problemchen nicht immer gleich an. Manchmal dauert es eine Zeit und das kam dann noch hinterher. Beim neuen Blatt, huch. Oh, jetzt habe ich einen Riss im Topf. Cool. Beim neuen Blatt ist aber, wie ihr seht, alles wieder gut. Und auch hier ist es ja nicht weiter in die Ränder gezogen oder ähnliches. Von daher wieder so ein Ding, wo man einfach nur drüber nachdenken muss, warum ist das passiert. Aber wie ihr vorhin gesehen habt, wo war das Blatt? Nicht sichtbar. Das war so. Ja, und wenn ich dann hier rumrenne und meine Fotos mache, sehe ich es zum einen nicht. Was mich freut, denn es sieht kacke aus. Und sonst sieht es halt auch niemand anders. Und es ist, wie gesagt, ein bisschen problematisch, dass es niemand anders sehen kann. Und wenn ich es nicht sehe, ich weiß es ja trotzdem. Aber der Rest weiß es nicht. Nehmen wir uns hier die Bessie Eye AFF. Übrigens auch das neueste Blatt. Wirklich hübsch. Schauen wir uns den Rest an. Denn die war aus demselben Import. Und ich habe mir denselben tollen Gedanken rangezogen mit meinen 70% Luftfeuchtigkeit, die dann keine 70% waren. Also mit den Löchern kam es schon. Also bei denen hier habe ich es dann gepeilt. Aber auch hier ist es trotzdem, wie man hier sieht, noch später nachgekommen. Hat aber wieder mal... Was wackelt die denn so? Also weiß ich gar nicht warum. Eigentlich ist die ziemlich fest hier im Tupf drin. Vielleicht musst du doch noch mal einen Tacken tiefer rein. Auf jeden Fall seht ihr, man kann das Problem beheben. Gar kein Ding. Geht auch wieder besser weiter. Heißt, wenn dann mal so ein Blatt so aussieht, müsst ihr echt nicht in Panik verfallen. Es gibt immer Gründe dafür. Es gibt immer Möglichkeiten, diese Probleme zu beheben. Und es heißt vor allem nicht, dass ihr keinen grünen Daumen habt. Oder dass die Pflanzen der anderen ja so perfekt sind und eure nicht. Eure sind genauso perfekt. Nur nicht jedes Blatt. Und so ist es eben bei den meisten. Es werden einem nur nicht immer alle Blätter gezeigt. Will ja auch keiner sehen. Also außer in den Momenten, wo man sich schlecht fühlt. Und gerne ein Beispiel von jemandem hätte, der eben als jemand mit perfekten Pflanzen gilt, sag ich mal. Und ja, vielleicht wollt ihr euch das Video in eine Playlist packen, die ihr euch quasi in Dauerschleife dann anguckt, wenn es mit euren Pflanzen mal wieder nicht so läuft und ihr das Gefühl haben wollt, ja, bei Patrizia läuft es jetzt aber auch nicht so geil, ne. Ich will jetzt nicht alle Pflanzen, an denen eine Kleinigkeit dran ist, hier irgendwie durch den Raum schleppen und umstellen. Deshalb werden wir jetzt mal zu den einzelnen Pflanzen gehen und uns die angucken und danach sehen wir uns wieder. So, schauen wir uns mal direkt das hier an. Ja, also das hier ist meine Red Crystallix Forgetty. Und dieser Rand hier ist meiner Meinung nach deshalb entstanden, weil ich als zu dem Zeitpunkt, wo die dritte Blüte kam, die andere ist jetzt schon abgeerntet, vergessen habe, PK hinzuzufügen. Ein bisschen war es, um die Blüte zu unterstützen und relativ direkt danach entstanden diese Ränder. Also kann ich es mir eigentlich nicht anders erklären, denn hier passierte, huch, ich hoffe, man sieht es, ah, da, da passierte nämlich das Gleiche und das auch als die dritte Blüte kam. Und deshalb gehe ich davon aus, dass das das gleiche Problem war. Allerdings haben wir hier auch einen Kandidaten, der richtig übel aussieht. Und hier war es ein Mix aus Kalmakmangel, das man vor allem hier an diesem Pünktchen sieht. Boah, ist da viel Staub drauf gerade. Eieiei, ich habe hier ewig keinen Staub geputzt im Moment. Zum Beispiel auch ein Grund, warum Pflanzen natürlich schlechter wachsen, mit so einer Staubschichte drauf. Guckt euch das mal an, der hängt immer da hinten. Deswegen sehe ich den auch so selten. Die anderen sehen nicht ganz so schlimm aus. Aber, ne, das ist dann natürlich auch was. Dann wird weniger Photosynthese betrieben. Und ist natürlich schlecht für die Pflanzen. Aber hier seht ihr einmal wirklich den Mix aus. Vergessen zu gießen, zu wenig Kalmak geben. Wie gesagt, diese Punkte hier, die weisen da schon drauf hin. Der Fleck hier tatsächlich auch. Und, ja, wenn man dann so einen schönen Mix hat, und das mal ein bisschen so lässt. Wie gesagt, ne, man sieht es leider erst später. Dann kann sowas entstehen. Das neue Blatt ist wieder schöner. Das ist sogar noch verformt. Da hatte ich dann endlich keinen Mack gegeben. Da war die Pflanze dann allerdings, glaube ich, etwas überfordert und fand es ein bisschen viel. Aber wie gesagt, da ist wieder alles gut. Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Ja, auch da seht ihr leider Gottes wieder Flecken vom unregelmäßigen Gießen. Und die entstehen hier gerade so ganz langsam. Also, das seht ihr hier. Das sieht dann erst so aus. Ich glaube, bei dem Blatt habe ich es hier tatsächlich noch gestoppt. Ich glaube, es wird nicht wie hier. Aber es wäre nicht unwahrscheinlich. Denn so fängt es meistens an. Und wenn das so ein, ja, ich sag mal, nur dieses Leichte ist. Ihr nicht direkt so gelbe Ränder habt, so krasse. Dann wisst ihr, es ist 100 pro wegen unregelmäßigen Gießen. Also ganz, ganz gewiss, diese Ränder hier, die eben noch leicht sind. Und können dann eben auch so stark werden. Hier der Salbe. Ja, ihr seht, ich sagte es ja schon vorhin, es gab da einfach eine Verschiebung meines Gießens. Naja, die älteren Blätter zeigen es nochmal mehr an. Das Neue ist wieder fit. Es kommt auch gerade ein neues und eine Blüte. Dementsprechend alles cool. Hier bei der McNorte sieht man ein komplett gelbes Blatt. Da habe ich jetzt tatsächlich mal nichts falsch gemacht. Es ist einfach ein altes Blatt, durch das sich hier eine Wurzel geschoben hat. Und ja, natürlich stirbt das Blatt dann ab, wenn es nicht mehr richtig versorgt wird. Also auch bei sowas müsst ihr nicht zwingend schuld sein und solltet eben erstmal gucken, ob da irgendwie ein Problem ist. Wo ich schuld war, war bei dem Blatt hier. Ja, also da sieht man ganz, ganz genau, dass es hier ein Problem gab. Und das nennt sich nicht genug gewässert, tatsächlich. Da seht ihr komplett, die ganze Spitze unten ist nach oben gegangen. Und wenn ihr das habt, ist eigentlich immer wirklich ein Anzeichen, dass ihr nicht einfach unregelmäßig gegossen habt, sondern dass ihr die Pflanze einfach komplett vergessen habt. Übrigens gibt es das nun mal auch bei Filos, ne? Also schaut mal hier. Da sieht man, dass ein Mangel von Calcium und Magnesium stattgefunden hat. Kaum hatte ich das geändert. Ja, ich habe Kalmak hinzugefügt. Hm, neues Blatt, wunderschön wieder. Also das ist jetzt kein Anturien-Ding, ne? Das ist das Kalmak-Problem oder auch andere Unterversorgung, die ihr dann am Blatt sieht. Das kann bei allen möglichen Pflanzen auftreten und ist recht ähnlich. Ja, jetzt gehen wir nochmal weg. Oh, guckt mal hier. Na, hier könnte es jetzt zum Beispiel ganz schnell passieren, weil es einfach ein panaschiertes, pur panaschiertes Blatt ist, dass das eben braun wird. Und da wärt ihr dann auch wieder nicht unbedingt dran schuld. Weil es hat halt wirklich krass viel Panaschierung, ne? Ähm, hier sieht man das. Musste ich das auch mal irgendwann wegschnibbeln, damit mir das hier nicht weggammelt. Konntest damit stoppen dann am Ende. Aber ja, war einmal ein bisschen zu feucht und bei Panaschierung geht es dann direkt ab. Meine wunderschöne Kurs ist ebenfalls so ein Kandidat, bei dem die älteren Blätter dann angefangen haben zu zeigen, Girl, bitte mal gießen. Wie wäre es damit? Ja, und wenn wir schon hier sind, na, die neuen Blätter sind natürlich wieder alle hübsch. Hier dasselbe, das neue ist wunderschön. Wunderschön, aber hier war dann auch wieder unregelmäßiges Gießen am Start. Und man sieht das eben, ne, auch bei einem anderen Blatt, dass es also, ne, viel mehr Anzeichen kann. Eine Pflanze, auch so staubig ist hier in so einer Ecke, kann euch eine Pflanze eigentlich nicht geben. Ich weiß, viele schreien bei solchen vertrockneten Spitzen, es ist die Luftfeuchtigkeit schuld. Ist es nicht. Es wird ständig gesagt. Aber wenn, ja, wirklich, wenn so was hier passiert, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr einfach vergessen habt, eure Pflanze zu gießen. Oder hier beim Red Vang Dark Phoenix, ja, Schönheit, Schönheit, aber leider Gottes, ne, echt hungrige Pflanze. Ja, man sieht hier wieder, kein Mackmangel. Hier sieht man, ich hab sie leider auch, ein bisschen trocken werden lassen. Hier sieht man schon, das Blatt wollte sich aufrollen. Bei dem hier sieht man nur den Rand, von dem ich vorhin gesprochen hab. Hier konnte ich es scheinbar eindämmen, aber ich wär mir noch nicht so sicher. So, da schaut mal hier, ne, wunderschönes neues Blatt. Das alte ist auch wunderschön, aber auch hier eine Zeit, starker, kein Mackmangel gewesen. Boah, ey, das sieht ja noch staubiger aus, als auf der Kamera, als es ist, meine Güte. Oh, es wird so Zeit, dass ich wieder richtig Zeit hab, ein paar Tage, mich hier um alles gut zu kümmern. Aber erst, wenn das Projekt durch ist, und dann geht's wieder richtig los. Ihr Lieben, das war mein Walk of Shame, ein zweites Mal. Ich, ich verlinke's euch mal, ich hatte ja schon mal so ein Video gemacht, aus genau dem gleichen Grund, dass ich eben wollte, dass ihr wisst, wisst, es ist nicht immer alles perfekt und es muss auch gar nicht perfekt sein. Und eure Pflanzen sind nicht weniger toll, nur weil da mal was Gelb dran ist oder vielleicht auch, weil dann tatsächlich mal eine stirbt. Gerade bei Anfängern übrigens, finde ich, solltet euch die ersten zwei bis drei Jahre überhaupt keinen Kopf machen, wenn euch mal was stirbt. Meiner Meinung nach gehört das so ein bisschen dazu. Also Erfahrung sammeln, so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, nicht nur hören, theoretisch von anderen, sondern auch ein Gefühl dafür bekommen, warum ist meine Pflanze gestorben? Was hab ich falsch gemacht? Was hab ich vielleicht zu gut gemeint? Gießen, Dünger, vielleicht auch zu viel Licht. Ja, auch das kann eine Möglichkeit sein, dass eine Pflanze echt bescheiden aussieht. Gerade bei Anturien, die bleichen dann nämlich gerne aus. So, aber jetzt genug von mir und meine nicht so sexy Pflanzen. Ich hoffe wirklich, es hat euch was gebracht und ja, war mir mal wieder ein inneres Blumen pflücken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das Video schaut und bis zum nächsten Mal.